Das ist die Hände da. Das ist das erste Mal, das ist das erste Mal. Das wir jemanden hier rettet kriegen. Da kommt jetzt wieder eine Kutsche an. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, sind wir wieder die Lackmeierten. Also wir haben alles richtig gemacht. Nicht mal, dass ich Danke sagen kann, aber am besten wäre, wenn der mit seiner Kutsche abgehauen wäre und dann wahrscheinlich noch der Zeuge gewesen wäre. Den hätte ich ja, da hätte ich den wieder so richtig schön, nicht wahr? Wer ihn schnäuert. So wie der, der dort jetzt ankommt mit seiner Kutsche. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir räumen die nicht aus dem Weg, den kannst du vergessen. Dann kommt ja irgend so ein Depp hier an, wo kommt denn der eigentlich mit seinem Pferd jetzt hier gerade hin? Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind jetzt in Saint-Henry. So. Wir reiten jetzt, wir reiten nur auf den Gleisen lang, um irgendwo zur Post zu kommen, ja? Oder am Hafen halt entlang. Ich glaube, hier ist der wenigste Anteil an Polizei hier unten am Hafengebiet. Können wir Glück haben, dass wir bis zur Poststelle kommen. David ist wohl derлose Steine überholt. Verstehen wir uns in die Pferde herum. Geht? Vergiss ich, was das? Welche Zeit. Was für Dient数 habe ich vorhanden? Wir müssen für die Tür einraste eine Strecke durchf��ft. Dann gehen wir über die Türke. Jah? Tut sie. ich hab da mal die tür eingetreten mit dem pferd er soll ich hab's eigentlich immer aus dem weg da steht ein pferd im flur jetzt haben wir ein glück gehabt weil hier hinten stand mich so ein officer und hätte er uns gesehen als dass wir bei der post angekommen wären der gleiche alarme macht so jetzt wenn wir mal krokodil verkaufen bevor wir uns dann doch vielleicht um unsere beiden missionen kümmern hier hello you look hungry hello mister ist mit dir eigentlich los so dass der schatten doch als ein bisschen viel sonnenbrand in phase oder das geht sind fertig der junge so jetzt noch mal gucken wo wir hin müssen schnell ach guck mal wir wollen die straße da hoch also einmal links und gleich wieder rechts und dann kommen wir da schon hin da steht euch jenseitig im weg warte mal ich bin mal noch durch hier dankeschön glück gehabt dass die waren so lange stand so und schauen wir mal was wir hier haben na mäm was geht wunderhübsche lady ach das ist der der die büder im alltag wo wir in der galerie vorhin waren ja doch die frau von den enden wo die knacken und so schnägel hat ich brauch dich als anstandsdame und so schnägel und so schnägel und so schnägel und so stifling ich kann das nicht in dieser Stadt ja ich weiß was du meinst warum ich dachte ich würde mein Weg in das Land von Puritern ich will nie wissen ich weiß diese Leute ich weiß diese Leute ich schraubt auf die Bar schnell nach hier da ich gehe ich gehe ich gehe wir sind jetzt ich gehe zu mir ich gehe sie diese Leute ihr auf der bar Was rennt der denn jetzt plötzlich so? Der nicht mehr langsam? Was ist das? Richtig! Oh, das ist nichts. Ich dachte, ich kenne ihn. Bitte nicht das wiederholen. Jetzt gehen wir, komm mal. Hallo, Herr. Also, warte. Du bist nicht so. Keine Arbeit. Es gibt immer eine hohe Demand für frische Mediokratie, aber keine Art von Radios. Nichts. Wo läufst du hin? Ah ja, okay. Oh, mein Gott. Das klingt aber auch hin an, wa? Unglaublich, der Typ. Oh, mein Gott. 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 Das ist ein Kind, Mann. Oh, mein Gott. Wie zum Anfang, äh, wieder überlesen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. hallo boys! ja ja, jetzt bin ich mal noch ein Stück oh redhead das sein schiff hier rechts von uns im sinne von sein schiff das ist mit euch jetzt kaputt ich bin gleich gut ich hab's nicht verstanden warum warum bin ich jetzt wieder der angeschissene ich renne den in der arme und der andere verpisst sich einfach sie mich eigentlich verarschen oder was der hat der mir sein messer gleich ich bin eigentlich total verarschen er geht sich verstanden so jetzt hat er die paxen dicken alter jetzt eine geldlinge habt hätte ich die oder in die kompletten ja ganz ehrlich jetzt mal ganz ehrliche frage hätte man diese mit die drei also drei gegen 1 aber gold amel krieg trotzdem und die polizei sucht mich ist natürlich ich rufe mich cool Das war's für heute. wie ich in dem roten Bereich bin, Ermittlungen. Also morgen. Klar, wie ich in dem roten Bereich bin, würde die weggehen. Und ich brauche ja nicht mehr anfangen zu rennen. Ich weiß auch nicht, wo ich hinschwimmen kann. Es gibt hier keine Möglichkeit. Gute Nacht. Jetzt einfach ätzend. Gehe aus dem Weg. 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 ja wer ist hier ist er er reitet an euch vorbei er reitet durch nacht und wind es ist außer ohne kind das spielt euch das anders hier und die rei unterwiesen 10 dollar bis jetzt immer noch leben ich knall den eh noch ab jetzt ist es royal jetzt habe ich wieder einen minuspunkt gekriegt weil ich das pferd getroffen habe jetzt hast du die pferde zu erschießen wir ach du scheiße es kommt auch kopf geht hier auch noch ich bin hier ich bin hier jetzt hast du das ganze weingut oder hinter dir um 40 packen jetzt schon unglaublich er fann ja schön mit öl mein rotwein wartet emmy lasst es schmecken liebe grüße wie auch immer und wunderschönen samstagabend wünsche ich dir vielleicht kriegst du auch hin hier in zenten hier heute noch irgendwas zu wuppen ja aber bis jetzt überlegt doch mal wo wir jetzt wieder sind jetzt was ich ja macht jetzt schon dumme ist leute dass wir jetzt nach santa nie erst drin müssen mit geld bezahlen dann müssen wir den käse hier machen dann müssen wir uns dann müssen wir raus reiten unser fährt holen ja was habe ich einen legendären Fisch was ein legendärer Fisch ist hier ach jemine kann man machen wenn wir die Zeit dafür haben können wir hier nur eine Angel nehmen wieder 55 packen das ist nicht zu fassen die poststelle jetzt offen hat nacht so 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 ja so kommst hier so meine lieben damen und herren jetzt wenn wir unser pferd wiederholen hat hier an der kreuzung steht das dumme ist halt dass wir das pferd jetzt hier schon mehr so lange so lange sind ja hier aus wie ich mal lange hier hinten sind dass er schon wieder angefreundet wieder der stall hat aber noch offen der ist aber alarm der goal kannst du nicht in der stadt bremsen hat gehören die einem sobald sie einen mögen ja ja bisher verbundenheit erreicht stufe 1 ja das macht du kannst pferde klauen oder halt wie auch immer der zu sehen willst aber bringt ihr halt keine punkte weil du bist ja nicht warte klaus haben wir mal so klaus halten pferd und zum schluss hast du plötzlich ein pferd unter dir hat hat keine leistung hat ja beziehungsweise ausdauer wenig ist oder klein so wie er hier jetzt er kann ja nicht dafür ja aber er kann diese pferd nicht gebrauchen könnte man auch ich weiß jetzt nicht mehr wie viel unterschiedliche pferde die hier gibt aber ich sag mal die besondere pferde die so richtig veredelt sind die wirst du nicht bist du nicht die blauzeiten muss man gewinkt auch recht irgendwann später noch mal irgendwie so weit aber nicht dass sie küssen nicht dass ich könnte es war sicherlich irgendwie so ein gruß so einen großen araber aber aber oder wie hier der schwarze hier rechtssätze ja 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 die kann man schon ein bisschen was reizen aber ist das schon halb zehn wo sind die wo sind die jelten wollte gerade sagen wo sind die zeiten 50 oder 20 so meine lieben damen und herren jetzt haben wir das erledigt jetzt werden wir uns um dutch kümmern meine güte ey komm reit weiter junge ich hasse diese stadt haben die stelle in unterschiedlichen städten unterschiedliche pferde zu verkaufen ja 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 wo muss man hierin die musste marina denn hast du schon mal verloren das hat brandon weiß auf die straßenbahn station untersucht der sponderland ach hier müssen wir in guck mal da müssen wir noch mal drin also hätten wir das pferd mitnehmen können nach links aha ich hoffe bloß dass wir diese stadt nicht in lauter verlassen wie die anderen zwischen städte We just need to pay for passage and give him money for land when we get there, no questions asked, we will disappear, be reborn. Where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who is there? Tahitians, I guess? We made a better money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully, where's the rest coming from? In there. So, nach langem Lug, hau ich jetzt ab ins Bett und wegen meinem Stress verloren. Poletti macht es. Ich wünsche dir gute, gute Besserung. Äh, wenn du morgen ausgeschnuppelt hast, wär ich sicherlich schon on sein. Stream morgen beginnt schon um neun. Schlaf dich aus. Ja?